hi wollte euch noch mal kurz meine handy hülle vorstellen die habe ich bei amazon gekauft ist wirklich ein wunderbares ding weil es hat hier mit magnet dann kann man das öffnen hier ist das handy normalerweise drin ich habe ein iphone se und hier sind fächer für karten man kann hier noch geld oder karte rein tun also hier kann man ich habe hier 11 23 karten drin ja drei karten habe ich hier drin und hier habe ich eine mein personalausweis drinnen also ihr könnt hier locker sechs karten bei euch tragen und hier bargeld das ist das vorteilhafte und dann habe ich hier noch ein handy tuch das ich geschenkt bekommen habe vom lotto laden und dann kann man das praktisch so schön bei sich tragen braucht man praktisch gesagt kein portemonnaie und das ist wirklich cool denn das passt perfekt das handy rein und ist einfach ja wie soll ich sagen gut zu tragen schade dass es keine etui es gibt mit einem gürtel clip oder mit mit so einer gürtelschlaufe dass man die dort reintun kann in den gürtel das finde ich schade aber sonst finde ich das etui ist wirklich was schönes so sieht jetzt vielleicht noch besser das ist komplett ja und es hat hier alles schwarz und innen drin rot ja wollte ich euch mal kurz vorstellen ich setze euch unten den link rein von diesem etui wenn iphone hat und interessiert ist kann er sich gerne holen und mal ein feedback dazu schreiben dann danke ich euch herzlich und wünsche euch noch einen angenehmen tag bis zum nächsten video